Pflegen Sie Ihren Standort. Die Schwäbisch Hall Facility Management GmbH betreut Ihre Kunden direkt vor Ort in der Region und im gesamten Bundesgebiet. Die effiziente Bewirtschaftung und Instandhaltung von komplexen Büro- und Verwaltungsgebäuden sind unser Ziel. Mit einer Objekt- und Prozessanalyse erstellen wir gemeinsam Ihren aktuellen Status und ermitteln individuelle Potenziale für Einsparungen. Unser Fachpersonal mit rund 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern verwalten Ihre Gebäude mit langjähriger Erfahrung für die qualifizierte Umsetzung in allen Bereichen des Facility Managements. Um im Wettbewerb nach oben zu schauen und um einen optimierten Betriebsablauf zu erlangen, sind unsere Spezialisten für jeden Griff vor Ort. Wir unterstützen Ihre Infrastruktur und Ihre Liegenschaften dabei nutzbringend und kostensparend in Zusammenarbeit mit unseren Partnern. All Ihre Abläufe werden außergewöhnlich ökonomisch und nachhaltig integriert. Alle Leistungen werden durch einen starken Partner gesteuert und Sie haben den Vorteil von schnellen Reaktionszeiten und einem geringen Koordinationsaufwand auf höchstem Niveau. Sehr wichtig dabei sind Kostentransparenz und ein breites Spektrum an Know-how auf allen Gebieten. Ob Gebäudeservice, Sicherheitsdienst oder Catering, mit unseren technischen infrastrukturellen und kaufmännischen Diensten schaffen Sie ein angenehmes Ambiente für Mitarbeiter und Kunden. Mit unseren Hochleistungsdruckmaschinen und Versandanlagen ermöglichen wir auch eine zuverlässige und professionelle Abwicklung für Ihren Post- und Dokumentenservice. Vertrauen Sie unsere Expertise und konzentrieren Sie sich auf Ihr Kerngeschäft. Sensibel, effizient und vorausblickend.